Hallo liebe Waage, herzlich willkommen bei Inbald's Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im Oktober 2023 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und das sind im Zeichen, okay? Happy, happy birthday an alle Waagen. Alles, alles Liebe zum Geburtstag. Lasst euch feiern. Ich habe auch ein Geschenk für dich, Waage. Am Ende des Videos werde ich dir erklären, wie genau du dir dein Geschenk holen kannst. Es gibt kostenlose Fortsetzungen, vergünstigte Fortsetzungen und überhaupt sind die Fortsetzungen vergünstigt für Waage. Also die Fortsetzung der Monatslegung ist für Waage um 50%, generell um 50% reduziert. Das ist dann im Warenkorb, aber es gibt noch zusätzlich noch kostenlose. Ich werde dann hier am Ende der Legung erklären, okay? Okay, lass uns jetzt das Wichtigere anschauen. Und zwar, was hier während deinem Geburtstag auf dich zukommen wird. Page der Schwerter. Wem hast du hier Angst eingejagt, Waage? Wem hast du hier Angst eingejagt? Weißt du, es gilt so gemäß offiziellen Analysen von Astrologen, gilt Wassermann als das intelligenteste Sternzeichen. Ich würde mal sagen, als intelligent wird ja definiert, wer am besten überlebt, wer sich am besten durchkämpft. Und ich denke jetzt im Jahr 2023, schon vor 20 Jahren hat Bill Gates gesagt, die Information ist Macht. Jetzt im Jahr 2023 denke ich, dass die am besten überleben, die am besten networken können, die am besten reden können, die am besten Unterhaltungen führen können. Ja, Smalltalk. Wer hat die besseren Verbindungen? Das gilt im Jahr 2023, denke ich. Und ich denke, dass du jetzt aus dieser Perspektive betrachtet, Waage, das intelligenteste Sternzeichen bist. Ich glaube, Page der Schwerter hier, jemand beobachtet dich aus der Ferne und hat Kopfdeckelangst vor dir. Und ich glaube nicht, dass du diesen Menschen gehauen hast. Ich glaube nicht, dass du diesen Menschen gedroht hast. Ich glaube nicht, dass du diesen Menschen sonst irgendwie bewusst Angst gemacht hast. Dieser Mensch hat ganz einfach Heiden Respekt vor deinem kommunikativen Talent. Das habe ich nicht. Ja, ich weiß. Ich habe es jetzt gerade nicht. Also, du hast ein kommunikatives Talent, dass hier jemandem sehr viel Ehrfurcht einflößt. Und, 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 und. Dafür sorgt, dass dieser Mensch ja Angst vor dir hat. Jemand möchte mit dir reden, Waage. Dieser Mensch hat stets ein Auge auf dich gerichtet in den letzten Monaten, hat dich genau beobachtet, versucht dich einzuschätzen. Das Problem ist aber eben, dass dieser Mensch hier ein bisschen Angst davor hat, mit dir zu reden, weil er, sie, der Meinung ist, dass man gegen dich keine Chance hat. Okay. Was ist der Page der Erschwärter? Page der Erschwärter bedeutet, hey, ich will da was rausfinden. Und, und dieser Mensch sagt, wenn ich mich mit Waage an einen Tisch setze, ja, dann wird Waage alles über mich herausfinden und ich werde da mit leeren Händen dastehen und, ja, äh, äh, werde da, oder, nichts erfahren haben. So wird Waage mit mir am kleinen Finger da herumspielen. Es scheint mir, wie wenn ich hier momentan, äh, zwischen euch beiden, äh, oder es zwischen euch beiden momentan kommunikativ happert und dann, oder, und dann entsteht hier zwischen euch beiden das Problem, dass die Verhältnisse unausgewogen sind. Du bist enorm gut, wenn es um, äh, äh, kommunikation geht und, 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 äh, dein Gegenüber hat den Eindruck, dass er, sie, dir nicht gewachsen ist, ja. Ich kann kein, kein Gespräch auf Augenhöhe führen mit, mit Waage, weil Waage, ähm, das Gespräch führen würde, ja. Der Mond, Paranoia, ja. Was ist denn Paranoia-Angst, die hier hervorkommt? Okay. Okay. Ähm, ich habe den Eindruck, dass hier jemand dich an jemand anderen verloren glaubt. Drei der Kelche. Waage ist weg. Waage ist in anderen Händen. Waage ist auf und davon. Ich werde Waage nie wieder finden können. Das ist die Nachtkarte. Wenn ein Fischlein in ein Meer springt, ja, dann kannst du es nicht mehr finden. So empfindet es dieser Mensch momentan. Ich habe keinen, ja, dieser, dieser Mensch sagt, dass es da nicht mehr diese Verbindung zwischen euch beiden gibt, wo du dich an einen Tisch setzen würdest und auf Augenhöhe mit diesem Menschen kommunizieren. Öd ist. Okay. Ich sehe, dass dieser Mensch vor allem abends dich stalkt. Äh, warte, warte, warte. Wenn jetzt 5 der Münzen kommt, Moment. Okay, alles gut. Nee, nee, 5 der Münzen wäre, dass dieser Mensch auch vor deiner Haustür auftaucht, aber nee, vor allem online. Vor allem online stalkt dich dieser Mensch sehr, ja. Googelt dich, schaut auf Facebook, schaut bei deinen Freunden rein, auf Instagram, okay, WhatsApp, schaut hier überall nach, versucht Informationen über dich zu finden, traut sich sozusagen nicht, mit dir zu reden. Und jetzt haben wir hier eben das Problem, 4 der Kirche umgekehrt. Eigentlich, das ist das Doppelte von 2 der Kirche, und wir haben hier auch die Folgekarte von 3 der Kirche, die sich vorhin gezeigt hat. Eigentlich, ja, ist da mit 2 der Kirche eine sehr große Liebe zwischen euch beiden. Ja, du empfindest sehr viel Liebe für diesen Menschen. Dieser Mensch hat ja sehr viel Liebe für dich in seinem, ihrem Herzen. Das Problem ist, dass das Ganze hier jetzt daran scheitern könnte, dass die Kommunikation nicht funktioniert, und vor allem, oder, man Angst davor hat, dich anzusprechen wage. Und jetzt muss ich hier etwas sagen, also ein guter Kommunikator zu sein, bedeutet nicht, die Menschen zu manipulieren. Manipulation ist einfach, musst einfach ein Dubbel vor dir haben, und das ist nicht schwer, ist durchschaubar. Und bei Kommunikation geht es ja darum, vor allem zuhören zu können. Das hier können alle. Und du bist ein guter Kommunikator, weil du ganz genau hören kannst, was das Gegenüber sagt. Du liest Zwischenländ sein und du kannst Absichten sehr gut einschätzen. Und ich denke, dass du gerade auf diese Weise ein sehr guter Kommunikator, eine sehr gute Kommunikatorin bist, und ich kann hier jetzt basierend auf den Legungen, die ich bisher für dich gemacht habe, und den Bestätigungen in den Kommentaren, zu 95% wird mir bestätigt, dass meine Legungen stimmen, kann ich hier bestätigen, dass du überhaupt nicht die Art von Kommunikator, von Kommunikatorin bist, die hier dein Gegenüber befürchtet. Es stimmt nicht, du würdest dich hier nicht an einen Tisch setzen und diesen Menschen da, am kleinen Finger da, mit diesen Menschen da spielen und ausnutzen, Infos rausholen, gar nichts sagen, so komische Spielchen spielen würdest du nicht. Warum? Weil du die diplomatische Person bist. Du bist diplomatisch kommunikativ, nicht manipulativ kommunikativ. Vier der Kirche umgekehrt. Dieser Mensch will hier die Chance mit dir nicht verpassen. Wir lieben einander, sagt dieser Mensch, und ich will nicht, dass es hier kaputt geht, weil hier mal ein Down da ist. Es gibt so diese Downs, Ups and Downs, Ups and Downs, und jetzt haben wir einen Down, jetzt geht es momentan runter, und ich will nicht, dass es deswegen kaputt geht zwischen uns beiden. Ja, zwei der Kirche, vier der Kirche, wir zwei, wir gehören zusammen, dazwischen ist diese drei der Kirche. Wenn es sein muss, werde ich wage, dieser anderen Person, zack, wegreißen. Es wird dramatisch. Vier der Stäbe, der Teufel. Wer hat wann Geburtstag? Wer hat wann Geburtstag? Also, hier haben wir vier der Stäbe, das ist Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, das ist das, okay? Da feiern Leute, da gibt es was zu feiern zu Hause. Da kommt ein Happy Birthday to you auf dich zu, ja? Ich hatte auch im Mai Geburtstag Waage, Menschen haben mir gratuliert, und ich habe dann Danke gesagt, und dann war es. Okay, das war es dann. Und dann hatten auch andere Geburtstags, ich habe denen geschrieben, Hey, Happy Birthday, alles Gute zum Geburtstag. Wir haben geschrieben, Danke, und dann war es das. Da gab es keine Folgeserie oder so. Bei dir kommt ein Happy Birthday, und dann eine Fortsetzung. Hier die Wagenkarte hier, ihr zwei, ihr werdet, nee, nicht Wagen, nicht Wagen, Auto, Autokarte hier. Ihr zwei, ihr werdet hier schon noch die Mitte finden. Hier, da kommt jemand aus der Vergangenheit, tadaa, bei dir, auf deinem Handy, kommt hier ein Glückwunsch, das kann auf Facebook sein, auf Instagram sein, auf WhatsApp kann das sein. Ich sehe es auf jeden Fall online, dich erreichen, und das wird dann hier eine Kette zwischen euch beiden anlegen. Das hier wird nicht ein Happy Birthday to you, Dankeschön und fertig. Nee, das hier ist ein Happy Birthday to you, und dann gibt es eine Fortsetzung zwischen euch beiden. Ja, diese Kette wird hier wieder angelegt, und ihr werdet hier, ja, wir haben hier den Wagen mit diesen beiden Sphinxen, hier wieder gemeinsam vorwärts machen in den nächsten Monaten. Ja, da gibt es eine Fortsetzung dazu. Das endet nicht so. Ja, ja. Jetzt, zu deinem Geburtstagsgeschenk, Waage. Es gibt zehn Fortsetzungen für null Euro. Okay. Zehn Personen können die Fortsetzung kostenlos holen. Hierfür musst du den Code Waage 2023, alles zusammen und groß geschrieben, Waage 2023, im Warenkorb eingeben, und dann wird dir das abgezogen. Falls dann steht, dass der Code ungültig ist, dann ist das, weil entweder der Code falsch eingetippt wurde, oder diese zehn schon vergeben sind. Okay. Wenn man es richtig eingibt, dann wird das abgezogen. dann werden weitere Fortsetzungen, es ist, wie viele habe ich? 100 Stück. 100 Stück lege ich hier bereit, im System bereit, für vier Euro. Okay. 100 weitere Personen können die Fortsetzung für vier Euro holen und danach, sobald diese 100 ausgeschöpft sind, kostet deine Fortsetzung sowieso nur halb so viel wie die der anderen. Okay. Du siehst das dann, ja, diese Abzüge, diese Abzüge-Waage siehst du im Warenkorb. Wenn du es auf der Produktseite nicht siehst, wenn du denkst, hör, da steht ja der normale Preis, geh zum Warenkorb. Da siehst du den Abzug. Okay. Okay. Nochmals, alles als Gute zum Geburtstag. Ja, feiert schön, genießt, genießt euer Geburtstag und lasst euch feiern. Okay. Ich werde hier, wage mit diesen Karten, schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber hier vor dir versteckt und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.